Hallo, ich begrüße dich recht herzlich zu diesem kleinen Tutorial, welches dir den Einstieg in Vectorworks 2013 etwas erleichtern soll. Und zwar, indem du eine relativ einfache Zeichnung erstellst, nämlich die Zeichnung einer Fachwerkwand. Die habe ich hier mal als Screenshot vorbereitet. Es sind die typischen Hölzer einer Fachwerkwand zu zeichnen. Wir haben unten die Schwelle, oben das Rehmen. Dann haben wir lotrecht die Pfosten, die mehr oder weniger gleichmäßig angeordnet sind. Die waagerechten Riegel, die diagonal streben. Anschließend soll das dann noch mit der Bemaßung vervollständigt werden. Die Bemaßung brauchen wir sowieso, damit wir überhaupt wissen, wo wir die Hölzer anordnen können. Bevor es damit losgeht, müssen wir aber Vectorworks noch ein bisschen vorbereiten. Deswegen schieben wir diese Vorlage einmal zur Seite und werfen einen Blick auf die Oberfläche von Vectorworks. Wie man hier sehen kann, sind die meisten Funktionen noch ausgegraut. Das liegt ganz einfach daran, dass auch noch gar keine Datei geöffnet ist. Wir müssen also erstmal ein neues Dokument erstellen. Das geht ganz einfach, indem man hier oben im Menü auf Datei klickt und den Menüpunkt Neu auswählt. In diesem Fenster wählen wir einfach die Option Neues, leeres Dokument öffnen aus. Und dann wird der Zeichenbereich aufgebaut. Der Zeichenbereich ist im Prinzip unendlich groß. In der Mitte dieses Zeichenbereiches wird aber zur Orientierung der Plan angezeigt, beziehungsweise die Ränder des Plans, damit wir auch einschätzen können, ob das, was wir zeichnen, überhaupt noch auf das Blatt Papier passt. Wir müssen jetzt allerdings nochmal checken, ob das Blatt Papier auch die richtige Größe hat. Wir wollen es ja letztendlich auch auf unserem Drucker ausdrucken können. Und das kontrollieren wir einfach mal, indem wir mit der rechten Maustaste auf den Zeichenbereich klicken. Dann öffnet sich dieses Kontextmenü. Und hier gibt es den Menüpunkt Plangröße. In diesem Fenster kann man jetzt auf der rechten Seite die Größe des Plans einstellen. Voreingestellt ist die Option Druckerformat. Das heißt also, das Blattformat wird vom Drucker übernommen. Deswegen müssen wir einmal gucken, welches Blattformat eigentlich eingestellt ist. Und da können wir erkennen, dass es sich dabei um das DIN A4 Format handelt, und zwar in der Ausrichtung Hochformat. Das müssen wir einmal ändern, weil wir die Fachwerkwand eher in die Breite zeichnen. Das heißt, wir brauchen unser Zeichenblatt im Querformat. Einmal bestätigen. Nochmal bestätigen. So, dann kann man die Änderung schon erkennen. Jetzt ist noch eine weitere Sache, die wir vor dem Beginn des Zeichnens überprüfen sollten. Und zwar schauen wir mal, welche Einheit eigentlich für das Zeichnen eingestellt ist. In der Bautechnik arbeiten wir ganz gerne in der Einheit Meter. Und das ist auch hier schon eingestellt. Man kann die Anzeige noch runden, indem man hier entsprechend die Nachkommastellen, beziehungsweise die Anzahl der Nachkommastellen auswählt. Hier sind jetzt also drei Nachkommastellen ausgewählt. Das bedeutet, die Anzeige wird auf den Tausendstilmeter, also auf den Millimeter genau gerundet. Und das sollte für unsere Zwecke auch erstmal ausreichen. Kurz bestätigen. Ja, dann sind wir eigentlich so weit, dass wir mit dem Zeichnen beginnen können. Und wie das geht, erfahrt ihr dann im zweiten Teil. Okay.